Nein, ich fragte mich wer in einem Kommentar hier auf YouTube natürlich, ob ich schwul, gay, queer sei, okay, ich antwortete nichts darauf, was auch etwa, und wie, aber sagen Sie es bitte nicht meiner Frau? Innerlich fragte ich jedoch zurück, nun, was spielt denn das jetzt hier für eine Rolle? Also erwidere ich nun weitausgreifend Folgendes. Ich stelle mir für die baldigste Zukunft eine Welt vor, in der solche Fragen keine vorrangige Bedeutung mehr besitzen. Ich stelle mir eine Welt vor, in der man sich nicht auf eine Rolle oder Identität einengen lassen muss. Ich stelle mir mithin eine Welt vor, die nicht mehr auf längst schlachtreifen patriarchalischen Prinzipien basiert, nicht auf Gender und rassistischer Ausgrenzung. Und wenn wir schon dabei sind, stelle ich mir vor, zu guter Letzt, eine Welt, die auch nicht mehr auf dem weißen Erbe europäischer Kolonialhegemonie basiert. Jenem Erbe, auf das gegenwärtig Populisten diverser Parteien, so passioniert zurückgreifen, als wäre dieses Erbe eine Errungenschaft. Dagegen hat sich Thomas Mann verwahrt und dagegen opponiert gegenwärtig ein Autor wie Jonas Eiker aus Kopenhagen, Dänemark. Sie beide, Thomas Mann und Jonas Eiker sagen uns ein für alle Mal und klipp und klar, Betrug und Täuschung waren einmal und sind heute wieder die Wonnen der Betrogenen und Getäuschten. Es gibt einfach zu viele, die förmlich danach schreien, ordentlich übers Ohr gehauen zu werden, während ihnen die Wahrheit so übertrieben erscheint, dass sie sich in die Paranoia flüchten und ihre Paranoia für Querdenkerei halten, wie die Horrorshows der Fälschungen im Darknet oder wir Deepfakes zu Genüge beweisen. Ich verstehe sie ja. Die Realität wirkt auch auf mich manchmal mehr denn je surreal und x-dimensional unbestimmbar. Inzwischen geben geistige Analphabeten sogenannte alternative Fakten als Wahrheiten aus und setzen sie mit Olga Tukaciu, sei es gesagt, als eine Art Massenvernichtungswaffe ein. Allesamt Hochstapler. Aber Hochstapler von einer derart schamlosen Größenordnung, dass ihnen selbst ein Felix Krull als viel zu ehrlich vorkommen würde. Mit ihnen ist kein Wissenstaat zu machen. Also nein, zurück. Ich glaube, ich bin nicht schwul, gay, queer, aber wenn ich Jonas Eicker oder Thomas Mann lese, werde ich es. Das ist doch schon mal ein Anfang. Aber man wird zugeben müssen, dass die Features auf Literatur ist alles in den letzten Wochen etwas düster ausgefallen sind. Zeitbedingt unter anderem und dass wir dringend einer Auflockerung, einer Aufhellung, einer Durchheiterung bedürfen. Am besten gleich durch Thomas Mann selbst. In den ersten Jahren des vergangenen Jahrhunderts entworfen, konzipiert und nach einem ganzen Leben, nämlich erst 1954 vollendet, rahmen die Bekenntnisse des Hochstabers Felix Krull, Thomas Manns Gesamtwerk, geradezu ein. Schon in den Buddenbrooks 1901 kamen Betrüger wie Bendix Grönlich vor. Der hypochondrische Christian Buddenbrook wurde darin schon zum Schauspieler seiner selbst, Schriftsteller Tonio Kröger, wird 1903 von der Polizei der Hochstabbelei verdächtigt. Und auch ein Schriftsteller wie Gustav von Aschenbach kennt 1912 vor seinem Tod in Venedig die Kunst des geborenen Betrügers. Sehr genau. Weniger bekannt dagegen ist, dass Thomas Mann nach den Buddenbrooks 1901 in eine Schaffenskrise geraten war. Es sei Zeit, auf ein Meisterwerk zu sinnen, schrieb er seinem Bruder Heinrich, obwohl Tommy mit den Buddenbrooks gerade ein Meisterwerk hingelegt hatte. Und Thomas Mann glaubte, vielleicht für immer der Autor dieses einen großen Romans zu bleiben. Tommy hatte sich auch privat mit seiner Heirat gegen das Ausleben seiner doch eher homosexuellen Veranlagung entschieden und für ein Dasein im Großbürgertum. Ein Dach übrigens, ein Dach, unter dem er weiterhin seine, wie er es nannte, sehr ernsten Scherze treiben konnte, die man zu um Verführungen, Fake Facts, Täuschung und Betrug kreisen und um den Ausbruch ins Gefährliche, Anrüchige und Ungeheure und in die anarchische Parodie. Dieser Ausbruch gilt freilich dem Leben. Dass er als Felix Krull, Sohn eines Bankrateurs und Selbstmörders, etwas unverwüstlich Großes und Herrliches hat und ist, gerade aufgrund seiner Vergänglichkeit. Selbst Krulls Dasein im Zuchthaus kommt Krull, auch im Kontrast zum despotischen Stumpfsinn, im Knast namens Schule, neu und amüsant vor. Die Anstaltsdracht sagt ihm zu, in ihrer hochgeschlossenen Sachlichkeit, als wäre sie vom japanischen Designer Josi Yamamoto designt worden. Die herkömmliche, bildungsbürgerlich brave Lesart der Werke Thomas Manns, diese Lesart erwartet nun gerade nicht, dass Thomas Mann eben diese Lesart auf seine Weise ständig torpediert, dass er sie unterlaufen, gleichsam von innen her aufsprengt würde und aufgesprengt hat. Befreit man sich aber mal von allen Vorurteilen, wird es im buchstäblichen Wortsinn merkwürdig, wenn Thomas Mann einmal sagt, der Schriftsteller habe seine Werke und der Verbrecher, der Kriminelle habe seine bis zum Mordtaten. Ein Satz, der von dem legendären Dichter homosexuellen Deliquenten, dem Poet Maudy Jean Genet stammen könnte, der seine fünf großen Romane auf Backpapier im Zuchthaus schrieb. Hinter der Romanfassade kaut sich wirkende Harmlosigkeit, steckt bei Thomas Mann reinste Anarchie, aufs Schärfste parodistisch aufgesprengt, hat er zuletzt und kurz vor seinem Tod mit den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Kroll 1954 die gesamte Tradition der Bekenntnisliteratur und des Bildungsromans jener Tradition, die mit den vorgeblich gottesgefälligen, in Wirklichkeit nur selbstgefälligen Bekenntnissen des dann später heiliggesprochenen Augustinus ihren Anfang nahm. Niemandem kommt hier, niemand, niemand, weder Jean-Jacques Rousseau, Gehörtes will dem Meister, noch Gottfried Kellers, Röner Heinrich, selbst über die virile, homophobe Stierkampf-Euphorie in Ernest Hemingway's The Sun of the Rises, also Fiesta, zieht Thomas Mann her. Der Felix Kroll ist eine Fun-Fake-Nobel der ersten Stunde, die ihren ethischen Wert vor sich her trägt, nur um ihn zu hintergehen. Welcher moralische Sinn, fragt uns Thomas Manns Memoranschreiber Krull zu Beginn, welcher moralische Sinn wäre, Bekenntnissen zuzusprechen, die unter einem anderen Gesichtspunkt als demjenigen Wahrhaftigkeit abgefasst wären. Schon dieser Satz ist schierer Horn für jemanden, der »Ich gebe dem Publikum, woran es glaubt« zu seiner Maxime erklärt hat. Der verkehrte Bildungsroman unter dem Titel »Die Blechtrommel« von Günter Grass 1959 ist ohne Thomas Mann beim besten Willen erst gar nicht erst denkbar. Wie aus Karmazerat bei Grass ist Felix Kroll im Grunde schon mit seiner Geburt fertig im Sinn von vollendet. Was unserem Felix danach noch fehlt, das ist, dass er seine Persönlichkeit eben nicht zur Reife ausbildet, sondern dass er sie über die hochsexualisierte Liebeslehre der Prostitution und über den Diebstahl zu Amoral, Täuschung, Kriminalität hin formt. Kroll ist, fast utopisch, Kroll ist im Kern der Repräsentant einer künftigen Welt, in der man keine Rollen mehr spielen muss, aber natürlich darf, sondern vielfach einfach sein kann, was man sein will. Dieser Roman taugt zur Parabel. Da mag Felix Kroll noch so oft seine gewiss schöne Nase rümpfen. Verstellbarkeit ist bei ihm auch Vorstellbarkeit. Das heißt, er kann sich, weil er sich verstellen kann, auch immer vorstellen, jemand anderer zu sein. Neulich bin ich mal wieder einem Typen über den Weg gelaufen, der mich nach Strich und Faden fertig gemacht hat und dabei sehr persönlich geworden ist, obwohl er mich kaum bis gar nicht kennt. Er hat sich eine Autorität angemaßt, die er von sich aus gar nicht erst hat. In mich hineingefühlt hat er sich dabei natürlich keinen Augenblick. Vielleicht freut ihn seine Bosheit sogar. Seine Fantasie los ist. Sein Mangel an Achtung macht mich sprachlos. Schade um ihn, wie Thomas Mann gesagt, er hat sein eigenes Menschsein versäumt. Felix Kroll greift die gesamte Gesellschaft an. Alle Institutionen. Man merkt es nur nicht gleich, weil der Angriff so leicht hinterherkommt. Soziale Rollen sind austauschbar. Ich könnte so Kroll ein Schaffner sein oder ein Louis Marquis de Venosta aus Luxemburg und nicht Kroll Felix aus Eltville im Rheingau. Dr. Markus Gasser könnte nicht Dr. Phil, Dr. der Philosophie sein, sondern ein Dr. Med, was er, also ich, also was ich gerne in Telefongesprächen mit Ärzten vorführe. Einfach indem ich der Annahme jener Ärzte nicht widerspreche, ich sei ein Kollege. Also ich zum Beispiel. Durch Zalitin, Ketodiphen, Ketodiphen, ein Milligramm, ist meine Urticaria rezessiv und hoffentlich invariabel im Abklingen begriffen. Vermeintlich, nur vermeintliche Kollegin, natürlich in der anderen Leitung. Ja, das freut mich zu hören, Herr Dr. Gasser. Und wie machen wir Ihrer Meinung nach jetzt weiter? Und solcherlei treibe ich mit Zuneigung. Und nur, um mir selbst zu zeigen, was für ein formales, formelles Statusspiel die Gesellschaft als Theater eigentlich ist. Und wie sein Schöpfer, Thomas Mann, will Felix Kroll immer mehr sein als die Leser wähnen und immer anderswo sein als dort, wo er gerade ist, noch dazu. Thomas Mann ging so weit, die verschiedenen Unterschriften Krolls, respektive Venossas später, für sich selber einzuüben. Weil Thomas Mann und sein Felix Kroll immer mehr sein wollen als das, was sie gerade sind, findet der Roman auch kein Ende. Darum auch löst die zersetzende Parodie der Bekenntnis- und Bekenntnis-Tradition in Felix Kroll sich zu guter Letzt in aggressiver Selbstparodie auf, die auch für uns Leserinnen und Leser mit ihren Späßen nicht halt macht. Niemand wird verschont. Thomas Mann karikiert sich in der masochistischen Madame Hupflet alias Diane Philibert mit ihren enormen, diligenten Büchern und ihrer Vorliebe für den Körper sehr junger Männer. Thomas Mann karikiert sich in dem alternden Homosexuellen und seiner Einsamkeit, seinem Versteckzwang und seiner Selbstverachtung niedergekrümmten Lord Kilmanock. Thomas Mann karikiert vor allem seinen eigenen Stil, der oft als zu verschachtelt, vertrackt, prätentiös und antiquiert empfunden wurde. Und sie wird da ja immer noch wert, indem er diesen Stil, die gleich zu hören sein wird, ins Maßlose treibt. Felix Kroll, der 1915 mit 40 Jahren im Londoner Exil dieses an den Memoiren notiert, schreibt wie ein pathetischer, bombastischer Übertrung aus Mann, ein aufgesetzter, neudeutsch eingefägter Thomas Mann zur Potenz. Ein gutes Beispiel für Krolls Täuschungs- und Verstellungskunst und zugleich für diese stilistische Selbstkarikatur bietet die Musterungsepisode, also die Szene, in der sich der gestellungspflichtige Felix Kroll vom Militärdienst frei simuliert. Dann hören wir mal. Allein ich gewahre in des Lesers mähne die Sorge, dass ich über so vielfältigem Anteil der heiklen Frage meines militärischen Verhältnisses leichtsinnigerweise völlig vergessen haben möchte, uns so eilig zu versichern, dass dies ganz und gar nicht der Fall war, sondern sich vielmehr unablässig und nicht ohne Beklemmung mein Augenmerk auf diesen fatalen Punkt gerichtet hielt. In dem Maße freilich, wie ich mit mir selbst über die Lösung des widrigen Knotens einig wurde, wandelte sich diese Beklemmung in die freudige Beklommenheit, die wir empfinden, wenn wir im Begriff sind, unsere Fähigkeiten einer großen, ja, ja, übergroßen Aufgabe zu messen. Und, ja, hier muss ich meiner Feder Zügel anlegen und da versuchen, gleich alles vorauszusagen, aus Berechnung noch etwas widerstehen. Denn, dass ich nun doch je mehr und mehr das Vorhaben in mir befestigt, dieses Schriftchen hier, sollte ich überhaupt damit zurande kommen, der einst der Presse zu übergeben und vor die Öffentlichkeit zu bringen, so täte ich Unrecht, wenn ich mich nicht dem hauptsächlichsten Regeln und Maximen unterwürfe, von denen die Kunstverfasser, um Neugier und Spannung zu erzeugen, sich leiten lassen und gegen die ich gröblich verstoßen würde, indem ich meiner Neigung nachgäbe, sofort das Beste auszuschwatzen und gleichsam mein Pulver vorzeitig zu verpuffen. Nur so viel sei gesagt, dass ich mit großer Genauigkeit, ja, ja, mit streng wissenschaftlich zu Werke ging und mich wohlhütete, die sich bietenden Schwierigkeiten für gering zu achten. Dem Dreinstolpern war nie meine Art, eine ernste Sache in Angriff zu nehmen. Vielmehr habe ich stets dafür gehalten, dass ich gerade mit dem Äußersten der gemeinen Menge unglaubhaftesten Wagemut, kühlste Besonnenheit und zarteste Vorsicht zu verbinden habe, damit das Ende nicht Niederlage, Schande und Gelächter sei und bin gut damit gefahren. Nicht genug, dass ich mich über Gang und Handhabung des Musterungsgeschäftes und ihm zugrunde liegenden Anforderungen genau unterrichtete, dass ich teils in einem Gespräch mit unserem Pensionär, dem Maschinisten, der gedient hatte, teils auch mithilfe eines mehrbändigen allgemeinen Nachschlagewerkes tat, welches dieser mit seinem Bildungsgrade unzufriedene Mann in seiner Stube aufgestellt hatte, sondern nachdem mein Plan erst einmal im Großen entworfen war, sparte ich aus jenen kleinen, durch das Herbeirufen von Wagen mir zugezogenen Geldgeschenken anderthalb Reichsmark zusammen um eine gewisse in dem Fenster einer Buchhandlung auswendig gemachte Druckschrift klinischen Charakters zu erwerben, in deren Lektüre ich mich mit ebenso viel Eifer als Nutzen vertiefte. Gleich wie das Schiff der Sandlast, so bedarf das Talent notwendig der Kenntnisse, aber ebenso gewiss ist, dass wir uns nur solche Kenntnisse wahrhaft einverleiben, ja, dass wir nur auf solche eigentlich ein Anrecht haben, nach denen unser Talent im brennenden Einzelfall verlangt und die es hungrig an sich rafft, um sich die nötige Erdenschwere und solide Wirklichkeit daraus zu schaffen. Was den Lehrstoff jenes Büchleins betrifft, so verschlang ich ihn mit der größten Freudigkeit und übertrug das Gewonnene in der nächtlichen Einsamkeit meiner Küche bei Kerze und Spiegel auf bestimmte praktische Übungen, die einen geheimen Beobachter wohl närrisch hätten anmuten müssen, mit denen ich aber einen klaren, vernünftigen Zweck verfolgte. Hier kein Wort weiter. Der Leser, die Leserin, wird für die augenblickliche Entbehrung baldigst entschädigt werden. Schon Ende Januar 1895 hatte ich mich der herrschenden Vorschrift genügend unter Vorlage meines Geburtsscheines, der sich ja in bester Ordnung befand. Übrigens ein Witz, wer Geburtsschein befindet sich nicht in bester Ordnung. Schon Ende Januar 1895 hatte ich mich der herrschenden Vorschrift genügend unter Vorlage meines Geburtsscheines, der sich ja in bester Ordnung befand, sowie eines vom Polizeibüro eingeholten Läumungszeugnisses, dessen zurückhaltend verneinende Form, dass nämlich über meine Führung dem Amte nichts Nachteiliges bekannt geworden ist, kindischerweise mich ein wenig verdross und beunruhigte, bei der kriegerischen Behörde handschriftlich gemeldet. Im März, als eben mit Vogelgezwitscher und süßeren Lüften der Frühling sich lieblich ankündigte, verlangte die Satzung, dass ich meine Person im Aushebungsbezirke zur ersten Besichtigung vorstellte. Und nach Wiesbaden zuständig begab ich mich mit vierter Wagenklasse und übrigens ziemlich gelassenen Geistes dorthin. Denn ich war mir bewusst, dass heute der Würfel kaum fallen werde, dass fast jedermann noch für jene Instanz gelange, die unter dem Namen der Oberersatzkommission über Tauglichkeit und Einreihung des Nachwuchses endgültig befindet. Und meine Erwartungen bestätigten sich. Die Handlung war kurz, flüchtig, unbedeutend. Und meine Erinnerungen daran sind verblasst. Man maß mich in die Breite und Länge, man behorchte und befragte mich oben hin und enthielt sich jeder Rückäußerung. Vorläufig, entlassen und frei, gleichsam an einem langen Seil promenierte ich in den herrlichen Parkanlagen, welche den quellenreichen Badeort schmücken, vergnügte mich und bildete mein Auge an den prächtigen Kaufläden der Kurhaus Kolonnaden und kehrte noch selbigen Tages in das heimische Frankfurt zurück. Allein als weitere zwei Monate ins Land gezogen waren, die Hälfte des Mai war vorüber und eine vorzeitige Hochsommerhitze brütete damals über jenen Gauen, erschien der Tag, da meine Frist abgelaufen, das lange Seil, von dem ich im Bilde sprach, aufgespult war und ich mich unweigerlich zur Aushebung zu stellen hatte. Nicht wenig schlug mir das Herz, als ich wiederum zusammen mit allerlei Gestalten aus dem niederen Volk auf der schmalen Bank eines Abteils vierter Klasse im Zuge nach Wiesbaden saß und mich auf dampfes Schwingen der Entscheidung entgegengetragen fühlte. Die herrschende Schwüle, die meine Gefährten in ein nickendes Dösen löte, durfte mich nicht erschlafen. Nein, nein, wach und bereit saß ich da und vermied es, unwillkürlich mich anzulehnen, indem ich mir die Umstände einzubilden suchte und in denen ich mich zu bewähren haben würde und die denn doch einer alten Erfahrung im Mäß ganz anders sich darstellen würden, als ich sie mir im Voraus nur immer auszudenken vermochte. Wenn übrigens meine Empfindungen eben sowohl furchtsamer als freudiger Art waren, so war es nicht, weil ich um den Ausgang ernstlich besorgt gewesen wäre. Dieser stand bei mir fest und vollkommen entschlossen, bis zum Äußersten zu gehen, die haben es nötig sein sollte, alle Grundkräfte des Leibes und der Seele daran zu setzen, ohne welche Bereitschaft es meiner Ansicht nach auch läppisch wäre, sich auf irgendeine außerordentliche Unternehmung einzulassen, zweifelte ich keinen Augenblick an meinem notwendigen Erfolge. Was mir Bannigkeit einflößte, war eben nur die Ungewissheit, wie viel ich hinzugeben, welche Opfer an Erregung und Begeisterung ich zu bringen haben würde, um zum Ziele zu gelangen. Eine Art Zärtlichkeit also gegen mich selbst, die meinem Charakter von jeher anhaftete und ganz leicht zu Weichlichkeit und Feigheit hätte entarten können, wenn nicht männlichere Eigenschaften ihr berichtigend die Waage gehalten hätten. Noch sehe ich den niedrigen, doch weitläufigen Balkensaal vor Augen, in welchen soldatische Rauigkeit mich wies und in ich bei meinem bescheidenen Eintritt von einer großen Menge männlicher Jugend bevölkert vorhand. Im ersten Stockwerk einer baufälligen und verlassenen Kaserne gelegen am Außenrande der Stadt bot der freudlose Raum durch seine vier kahlen Fenster den Blick auf lehmige und von allerlei Weckwurf, Blechbüchsen, Schutt und Abfällen verunzierte Vorstadtwiesen. Hinter meinem Küchentisch saß, Akten und Schreibzeug vor sich, ein schnauzbärtiger Unteroffizier oder Feldwebel und rief die Namen derjenigen auf, welche, um sich in natürlichen Zustand zu versetzen, durch eine flügellose Tür einen Verschlag betreten mussten, der von dem anstoßenden Zimmer, dem eigentlichen Schauplatz der Untersuchung, abgegliedert war. Das Gebaren jenes Jean Girten war brutal und auf Einschüchterung berechnet. Öfters streckte er tierisch gähnend Fäuste und Beine von sich oder machte sich über den edleren Bildungsgradiger lustig, die er anhand der Stammrolle zum entscheidenden Gang aufforderte. Doktor der Philosophie, rief er und lachte höhnisch. Also wollte er sagen, dir werden wir es austreiben, Freundchen, Doktor der Philosophie. Dies alles erregte Furcht und Abneigung in meinem Herzen. Das Aushebungsgeschäft war in vollem Gange, doch schritt es langsam vor und da es alphabetisch betrieben wurde, hatten die, deren Namen mit späteren Buchstaben begannen, sich auf ein langes Warten gefasst zu machen. Eine bedrückende Stille herrschte in der Versammlung, die sich aus Jünglingen der verschiedensten Stände zusammensetzte. Man sah hilflose Bauern-Tölpel und aufsässig gestimmte junge Vertreter des städtischen Proletariats, halbfeine Kaufmannsgehilfen und schlichte Söhne des Handwerks. Einen Angehörigen des Schauspielerstandes sogar, welcher durch fette und dunkle Erscheinung viel verstohlene Heiterkeit erregte. Hohläugige Burschen, unbestimmbaren Berufes, ohne Halskragen und mit zersprungenen Lackstiefeln. Muttersöhnchen, eben der Lateinschule entwachsen und an Jahren vorgeschrittene Herren, schon mit Spitzbärten, bleich und von der zarten Haltung des Gelehrten, welche im Gefühl ihrer unwürdigen Lage unruhig und peinlich gespannt den Saal durchmaßen. Drei oder vier der Gestellungspflichtigen, deren Namen zugleich in der Reihe sein würden, standen schon bis aufs Hemd entblößt, ihre Kleider über dem Arm, Stiefel und Hut in der Hand, bachfüßig in der Nähe der Tür. Wieder andere saßen auf den schmalen Bänken, welche den Raum umliefen oder mit einem Schenkel auch wohl auf den Fensterbrettern, hatten Bekanntschaft gemacht und tauschten halblaut Bemerkungen über ihre Körperbeschaffenheit und die Wechselfälle der Aushebung. Manchmal, niemand wusste auf welchem Wege, drangen Gerüchte aus dem Sitzungssaal herein, dass die Zahl der als tauglich Ausgehobenen schon sehr groß und die Glücksaussicht der noch nicht Untersuchten, also im Wachsten sei, Botschaften, die nachzuprüfen, niemand imstande war. Scherze, Derbespüttereien über die einzelnen schon Aufgerufenen, die sich fast ganz entkleidet in Blicken darstellen mussten, taten sich da und dort aus der Menge hervor und wurden mit zunehmender Freiheit belacht, bis die beißende Stimme des Uniformierten am Tisch eine botmäßige Stille wiederherstellte. Also mit botmäßige Stille ist gehorsam, gemeint eine gehorsame Stille wiederherstellte. Ich nun für meine Person hielt mich einsam nach meiner Art, nahm am müßigen Geschwätz an den grobkörnigen Späßen keinerlei Anteil und antwortete fremd und ausweichend, wenn eine Anrede an mich erging. An einem offenen Fenster stehend, der Menschengeruch war peinlich geworden, im Saale überblickte ich bald die wüste Landschaft dort draußen, bei auch die gemischte Versammlung im Raum und ließ die Stunden verrinnen. Gern hätte ich in das anstoßende Zimmer dasjenige, wo die Kommission zu Gericht saß, einen Blick getan, um von dem amtierenden Stabsarzt ein Bild zu erhaschen. Doch war dies unmöglich und eindringlich hielt ich mir vor, dass in der Person dieses Mannes ja auch wenig gelegen und nicht in seine Hand, sondern einzig in meine eigene mein Schicksal gegeben sei. Schwer drückte die Langeweile um mich her auf die Häupte und die Gemüter. Ich aber, ich, lebe nicht unter ihr, denn erstens war ich von je geduldigem Wesen, es kann lange ohne Beschäftigung wohl bestehen und liebe die freie Zeit, die von betäubender Tätigkeit nicht vergessen macht, verzehrt und verscheucht wird. Außerdem aber hatte ich es keineswegs eilig, mich der kühnen und schwierigen Aufgabe zu unterziehen, die meine erwartete, sondern war froh, um ihn langer Muße sammeln, gewöhnen und vorbereiten zu können. Der Tag war schon gegen seine Mitte emporgestiegen, als Namen mein Ohr trafen, die mit dem Buchstaben K begannen. Aber als wollte das Schicksal mich freundschaftlich nicken, gab es solche heute sehr viele und die Reihe der Kammerer, Kellermänner und Kiliane, auch noch der Knolls und Krolls, wollte kein Ende nehmen. So sie schließlich, als vom Tisch mein Name gefallen war, ziemlich entnervt und erschöpft, die vorgeschriebene Toilette zu machen begann. Übrigens darf ich sagen, dass der Überdruss meine Entschlossenheit nicht nur nicht Abbruch tat, sondern sie eher sogar noch verstärkte. Ich hatte zum heutigen Tage eines jener weißen Stärkhemden angelegt, die mein Pate Felix Schimmelpriester mir auf dem Lebensweg mitgegeben und die ich sonst gewissenhaft schonte. Aber ich hatte eben voraus bedacht, dass es hier auf den unteren Anzug vornehmlich ankomme und so stand ich nun in der Bewusstsein, mich sehen lassen zu können zwischen zwei Burschen in karierten, verwaschenen Baumwollhemden am Eingang zum Kabinett. Meines Wissens richtete sich kein Spottwort im Saal gegen meine Person und selbst der Sergent am Tisch maß mich mit jener Achtung, welche dies an Unterordnung gewöhnte, Handwerk höherer Feinheit und Schmuckheit niemals versagt. Ich bemerkte recht wohl, dass er die Angaben seiner Liste forschend mit meiner Erscheinung verglich. Ja, so sehr beschäftigte ihn das Studium, dass er meinen Namen neuerdings aufzurufen im gegebenen Augenblick ganz verabsäumte, so dass ich ihn fragen musste, ob ich nicht eintreten solle, was er bejahte. So überschritt ich dann auf bloßen Sohlen die Schwelle, legte allein im Verschlag meine Kleider neben die meines Vorgängers auf die da selbst befindliche Bank, stellte meine Schuhe darunter und entledigte mich auch meines Stärkhemdes, das ich reinlich gefaltet der übrigen Garderobe hinzufügte. Dann erwartete ich lauschend weitere Verfügungen. Meine Spannung war schmerzhaft, mein Herz hämmerte ohne Takt und ich glaube wohl, dass das Blut mir aus dem Antlitz gewichen war. Aber in eine solche Bewegung mischte sich noch ein anderes Gefühl von freudiger Art, zu dessen Mitteilungen die Worte nicht gleich zur Hand sind. Sei es in Form eines Mottos oder Gedankensplitters bei der Lektüre im Zuchthaus oder beim Durchfliegen eines Zeitungsblattes. Irgendeinmal ist mir die Anschauung oder Sendenz entgegengetreten, dass der Zustand, in dem die Natur uns hervorgebracht, dass die Nacktheit gleichmacherisch sei und zwischen der bloßen Kreatur keinerlei Rangordnung oder Ungerechtigkeit mehr umweiten könne. Aha. Diese Behauptung, die sofort meinen Ärger und Widerstand weckte, mag dem Pöbel wohl schmeichelhaft einleuchten. Allein wahr ist sie im Geringsten nicht und beinahe könnte man richtig Stellender widern, dass die wahre und wirkliche Rangordnung erst dem ursprünglichen Zustand sich herstelle und dass die Nacktheit nur insofern gerecht zu nennen sei, als sie die natürlich ungerechte und adelsfreundliche Verfassung des Menschengeschlechts bedeute. Früher hatte ich dies empfunden nämlich schon als mein Pate Schimmelprester meine Gestalt zur höherer Bedeutung auf die Leinwand zauberte oder bei sonst immer in Fällen wurde ein Mensch aus seinen Zuweisbedingungen gelöst an und für sich hervortritt wie im öffentlichen Bade und so wandelte auch nunmehr Freude und Leber auf das Stolz mich an dass ich nicht im irreführenden Bettlerkleid sondern in freier und eigentlicher Gestalt mich einem hohen Kollegium vorstellen sollte. Der Verschlag war an seiner Schmalseite offen gegen das Sitzungszimmer und wenn seine Bretterwand mir den Blick auf den Schauplatz der Untersuchung verwehrte so vermochte ich mit dem Ohr doch aufs Genaueste ihren Verlauf zu verfolgen. Ich hörte die Befehlsworte mit denen der Stabsarzt den Rekuten sich hin und her zu wenden und sich von allen Seiten zu zeigen aufforderte hörte die knappen Fragen die er ihm vorlegte und die Antworten die jene erteilte linkische Redereien von einer Lungenentzündung jedoch ihren deutlich genug durchschimmernden Zweck verfehlten da sie ihm durch das Zeugnis seiner unbedingten Tauglichkeit trocken abgeschnitten wurden. Das Verdikt Verdikt Urteil Das Verdikt ward von anderer Stimme wiederholt weitere Verfügungen folgten der Befehl zum Abtreten fiel platschende Schritte näherten sich und als Beitrat der Konskribierte bei mir ein Geringes Fleisch wie ich sah ein Bursche mit einem braunen Strich um den Hals plumpen Schultern gelben Flecken am Ansatz der Oberarme groben Knien und großen roten Füßen Ich vermied es in der Enge mit ihm in Berührung zu kommen und am selben Augenblick von einer zugleich nasalen und scharfen Stimme mein Name genannt wurde auch ein assistierender Unteroffizier winkend vor dem Kabinett erschien so trat ich denn also hinter der Bretterband hervor wandte mich linke Hand und schritt in anständiger doch anspruchsloser Haltung dorthin wo Arzt und Kommission mich erwarteten Man ist blind in einem solchen Augenblick und nur in verschwommenen Umrissen trat die Szene vor mir in mein zugleich erregtes und betäubtes Bewusstsein ein längerer Tisch schnitt schräg zu rechten einen Winkel des Zimmers ab und Herren teils vorgebeugt teils zurückgelehnt in Uniform und zivil saßen in einer Reihe daran an ihrem linken Flügel stand aufrecht der Arzt sehr schattenhaft für meine Augen auch er besonders da er das Fenster im Rücken hatte ich aber innerlich zurückgeschlagen von so vielen auf mich eindringenden Blicken benommen vom Traumgefühl eines höchst bloßgestellt und preisgegebenen Zustandes ich schien mir einzeln und jedem Verhältnis enthoben ah namenlos alterslos frei und rein im leeren Raume schweben eine Empfindung die ich nicht nur als nicht unliebsam sondern sogar als köstlich in meinem Gedächtnis bewahre mochten immerhin meine Fieber noch Beben meine Pulse bewegten und unregelmäßig schlagen so war mein Geist nunmehr wenn auch nicht nüchtern so doch vollkommen richtig und was ich in der Folge sagte und tat stellte sich gleichsam ohne mein Zutun und auf die natürlichste Weise ja zu meiner eigenen augenblicklichen Überraschung ein wie es ja denn der Nutzen langer Vorübungen und einer gewissenhaften Vertiefung ins zukünftige ist dass in der Stunde der Anwendung etwas nachtwandlerisch Mittleres zwischen Tun und Geschehen Handeln und Leiden sich herstellt welches unsere Aufmerksamkeit kaum in Anspruch nimmt und so umso weniger da die Wirklichkeit meistens geringere Anforderungen stellt als wir allenfalls zutrauen zu müssen glauben und wenn wir uns dann wohl in der Lage eines Mannes befinden der bis an die Zähne gerüstet in einen Kampf geht worin er um zu siegen nur ein einziges Waffenstück leicht hin zu handhaben braucht denn wer auf sich hält übt das schwerste um sich im leichteren desto fertiger zu bewähren und ist froh wenn er um zu triumphieren nur die zartesten leistesten Mittel spielen zu lassen braucht da den Groben und Wilden ohnehin abheult ist und sich nur notfalls zu ihnen versteht das ist ein Einjähriger hörte ich vom Kommissionstisch her eine tiefe wohlwollende Stimme gleichsam erklärend sagen und vernahm gleich darauf mit leichtem Verdruss wie eine andere jene scharf nähtelnde nämlich Berichtigen feststellte dass ich nur ein Rekord sei treten denn heran sagte der Stabsarzt seine Stimme war meckernd und etwas schwach ich gehorchte ihm willig und dicht vor ihm stehend tat ich mit einer gewissen törichten doch nicht ungefälligen Bestimmtheit den Ausspruch ich bin vollkommen dienstauglich das entzieht sich ihrer Beurteilung versetzte ärgerlich jener in dem er den Kopf vorstreckt und lebhaft schüttelte antworten sie auf das was ich sie frage und enthalten sie sich eigener Bemerkungen gewiss Herr Generals Arzt sprach ich leise obgleich ich wohl wusste dass er nichts weiter als Oberstabsarzt war und blickte ihn mit erschrockenen Augen an ich erkannte ihn jetzt ein wenig besser war mager von Gestalt und der Uniformrock saß ihm faltig und schlotterig am Leibe die Ärmel mit Aufschlägen die fast bis zum Ellenbogen reichten waren zu lang so dass sie die Hälfte der Hände mit bedeckten und nur die dürren Finger daraus hervorragten ein schmaler spärlicher Vollbart farblos dunkel wie das aufrecht stehende Haupthaar verlängerte sein Gesicht und zwar umso mehr als er den Unterkiefer bei halb offenem Munde und hohlen Wangen hängen zu lassen beliebte vor seinem geröteten Augenritzen saß ein Zwicker in Silberfassung der verbogen war der Gestalt dass sein eines Glas dem Liede behinderlich auflag während das andere weit vom Auge abstand dies war das Äußere meines Partners und er lächelte hölzern ob meiner Anrede indem einen Blick aus dem Augenwinkel zum Kommissionstisch gleiten ließ heben sie die Arme nennen sie ihr Zivilverhältnis sagt er und legt ihm ja gleichzeitig wie der Schneider tut ein grünes weiß beziffertes Meterband um Brust und Rücken ich beabsichtige antwortete die Hotelkarriere einzuschlagen ah die Hotelkarriere so sie beabsichtigen nämlich zu welchem Zeitpunkt ich und die meinen sind übereingekommen dass ich diese Laufbahn antreten werde nachdem ich meiner militärischen Dienstpflicht genügt habe ich habe nicht nach den ihren gefragt wer sind die ihren Professor Schimmelpriester mein Pate und meine Mutter Witwe eines Champagner Fabrikanten so so eines Champagner Fabrikanten und was treiben sie denn zur Zeit sind sie nervös warum rucken und zucken sie so mit den Schultern wirklich hatte ich seit ich hier stand halb unbewusst und ganz aus dem Stehgreif ein keineswegs aufdringliches aber häufig wiederkehrendes und in der Ausführung eigentümliches Schulknerzucken angenommen das mir aus irgendeinem Grunde am Platze schien ich erwiderte nachdenklich nein dass ich nervös sein könnte ist mir noch nie in den Sinn gekommen dann unterlassen sie das zucken ja her general arzt sagte ich beschämt zuckte jedoch in demselben augenblick aufs neue was er zu übersehen schien ich bin nicht general arzt fuhr mich scharf meckernd an und schüttelte den vorgestreckten kopf so heftig dass der nasenzwicker ihm zu entfallen drohte und er genötigt war ihn mit allen fünf Fingern seiner rechten wieder festzusetzen ohne jedoch dem Grundübel des Verbogenseins dadurch abhelfen zu können dann bitte ich um Verzeihung und gegen dich sehr leise und beschämt beantworten sie also meine Frage ratlos verständnislos sah ich mich um blickte auch gleichsam bittend die Reihe der Kommissionsherren entlang in deren Haltung ich eine gewisse Teilnahme und Neugier zu bemerken glaubte endlich seufzt dich schweigen ich unterstütze antwortlich sofort mit verhaltener Freudigkeit meine Mutter bei dem Betrieb eines größeren fremden Heimes oder Boding Hauses zu Frankfurt am Main allen allen Respekt sagte er ironisch husten sie befall er unmittelbar darauf denn er hatte mir nun ein schwarzes Hörrohr angesetzt und horte gebückt auf die Schläge meines Herzens beiläufig bemerkt ist es eine absonderliche Empfindung von einem zweiten anderen fremden so unseres inneren Lebens belauschen zu lassen öfter musste ich künstlichen Husten ausstoßen während er mit seinem Gerät und meinem Körper umherrückte hierauf vertauschte er das Rohr mit einem kleinen Hammer den er auf einem nebenstehenden Tischchen nahm und ging zum Knopfen über haben Sie schwere Krankheiten überstanden fragte er zwischendurch ich antworte nein Herr Militärarzt schwerere niemals meines Wissens bin ich ganz gesund war es auch jederzeit wenn ich von unbedeutenden Schwankungen meines Befindens absehen darf und fühle mich für alle Waffengattungen bestens geeignet schweigen sie sagte er das ist die Auskultation unterbrechend und aus seiner gebückten Stellung Zorn in mein Gesicht empor blicken lassen Sie Ihre Tauglichkeit meine Sache sein und reden Sie nichts überflüssiges sie reden fortgesetzt überflüssiges wiederholte er indem er gleichsam abgelenkt die Untersuchung fahren ließ sich aufrichtete und etwas von mir zurück trat Ihre Redeweise ist von einer gewissen Hemmungslosigkeit die mir schon längst geradezu aufgefallen ist was ist eigentlich mit Ihnen welche Schulen haben Sie besucht ich durchlief sechs Klassen der Ober Realschule versetzte ich leise und anscheinend bekümmert darüber dass ich ihn befremdet und bei ihm angestoßen hatte und warum nicht die siebente ich senkte das Haupt und von unten herauf warf ich ihm einen Blick zu der wohl sprechend gewesen sein und seinen Empfänger ins Innere getroffen haben mag warum quälst du mich fragte ich mit diesem Blick warum zwingst du mich zu reden siehst du hörst du und fühlst du denn nicht dass ich ein feiner und besonderner Jünglin bin der unter freundlich gesittetem Außenwesen tiefe Wunden verbirgt welches feindliche Leben ihm schlug so mein Blick und urteilender Leser urteilende Leserin ich log keineswegs damit wenn auch seine schmerzliche Klage in dieser Sekunde ein Werk der Absicht und bewussten Zielstrebigkeit war denn auf Lüge und Heuchelei muss freilich erkannt werden wo eine Empfindung zu Unrecht nachgeahmt wird weil ihrem Anzeichen keinerlei Wahrheit und wirkliches Wissen entspricht was den Fratzenhaftigkeit und Stümperei notwendig zur klägerlichen Folge haben wird sollten wir aber über den Ausdruck unserer teuren Erfahrung nicht zu beliebigen Zeitpunkt zweckmäßig verfügen dürfen rasch traurig und vorwurfsvoll sprach mein Blick von früher Vertrautheit mit des Lebens Unbilden und Mistigkeiten dann seufzt es dich tief antworten sie sagte der Oberschapsarzt in milderem Ton ich kämpfte mit mir selbst indem ich zögernd erwiderte ich blieb in der Schule zurück und gedieh nicht zur Beendigung ihres Kurses weil ein wiederkehrendes Unwohlsein mich öfter bettlägerig machte und damals häufig den Unterricht zu versäumen zwang auch glaubten die Herren Lehrer mir Mangel an Aufmerksamkeit und Fleiß zum Vorwurf machen zu müssen was mich sehr herabstimmte und entmutigte da ich mir keiner Schuld und Nachlässigkeit in dieser Hinsicht bewusst war aber so oft geschah es dass mir manches entgangen war und ich es nicht gehört oder vernommen hatte sei es nun dass es sich um besprochenen Lehrstoff oder um häusliche Aufgaben handelte die man uns vorgeschrieben und deren Anfertigung ich versäumt hatte weil ich nichts davon wusste und zwar nicht weil ich anderen und unstadthaften Gedanken nachgehangen hatte sondern es war ganz als sei ich überhaupt nicht zugegen gewesen in der Klasse nicht gegenwärtig als diese Weisungen ergangen waren was auf Seiten der vorgesetzten Anlass zu Tadel und strengen Maßregeln auf meine eigenen aber zu großen hier fand ich kein Wort mehr verwirrte mich schwieg und zuckte sonderbar mit den Schultern halt sagte er sind sie denn schwerhörig gehen sie dorthin weiter zurück wiederholen sie was ich sage und nun begann er unter überaus leckerlichen Verrenkungen seines mageren Mundes und dünnen Bartes 19 27 und andere Zahlen sorgfältig zu flüstern wie gepünktig und exakt zurückzugeben ich mich nicht verdrießen ließ denn wie alle meine Sinne war auch mein Gehör nicht allein durchschnittsmäßig beschaffen sondern sogar von besonderer Schärfe und Feinheit und ich erkannte Anlass ein Hehl daraus zu machen so verstand und wiederholte ich denn die zusammengesetzten Ziffern die er nur hauchweise vorbrachte meine schöne Gabe schien ihn zu festeln denn er trieb den Versuch immer weiter sandte mich in den entlegensten Winkel des Raumes um mir über einen Abstand von sechs oder sieben Metern hinweg vierstellige Zahlen mehr zu verhehlen als mitzuteilen und richtete gekniffenen Mundes nach dem Kommissionstisch bedeutende Blicke wenn ich halbratend alles erfasste und wiedergab was er kaum über die Lippen zu lassen geglaubt hatte Nun sagte er mit gespielter Gleichgültigkeit Sie hören recht gut treten Sie wieder heran und sagen Sie uns einmal ganz genau wie sich das Unwohlsein äußerte das Sie zuweilen vom Schulbesuch abhielt gefällig kam ich herbei Unser Hausarzt antwortete Sanitätsrat Dr. Düsing pflegte es für eine Art Migräne zu erklären So Sie hatten einen Hausarzt Sanitätsrat war er und für Migräne erklärte er es Nun wie trat Sie denn also auf diese Migräne Beschreiben Sie uns den Anfall stellten Sie sich Kopfschmerzen ein Kopfschmerzen auch erwiderte ich überrascht indem ich ihn achtungsvoll anblickte so wie ein Sausen in beiden Ohren und hauptsächlich eine große Not und Furcht oder vielmehr Verzagtheit des ganzen Körpers welche endlich in heftige Würgekrämpfe übergeht so dass es mich fast aus dem Bett schleudert Würgekrämpfe sagt er andere Krämpfe nicht Nein andere gewiss nicht versichert mit größter Bestimmtheit aber Ohrensausen Ohrensausen war allerdings vielfach dabei und man hat der Anfall sich eingestellt wenn eine Erregung vorangegangen war bei besonderem Anlass wenn mir recht ist antwortlich zögernd mit suchendem Blick So erfreugte es in meiner Schulzeit manches Mal gerade dann wenn ich in der Klasse einen solchen Anstand gehabt nämlich ein Ärgernis von jener Art wie ich sagte dass sie gewisse Dinge nicht gehört hatten so als ob sie nicht anwesend gewesen wären Ja Herr Chef Arzt sagt er und nun denken sie einmal nach und sagen sie uns gewissenhaft ob ihnen nicht irgendwelche Anzeichen aufgefallen sind die einen solchen Zufall dass sie scheinbar nicht anwesend gewesen waren vorhergingen und ihn regelmäßig ankündigten Haben sie keine Scheu Überwinden sie eine begreifliche Befangenheit und reden sie frei ob sie dergleichen wohl gegebenenfalls beobachtet haben Ich blickte ihn anblickte ihm eine geraume Zeit unverwandt in die Augen indem ich ihn schwer langsam und sozusagen in bitterer Nachdenklichkeit mit dem Kopf nickte Ja Ja mir ist oft sonderbar Sonderbar war und ist mir leider zeitweilig zu Sinn sprach ich endlich leise und grüblerisch Manches Manches Mal kommt es mir vor als ob ich plötzlich in die Nähe eines Ofens und Feuers gerückt wäre ganz so warm berührt als dann meine Glieder anfangs die Beine hier auf die höheren Teile und eine Art von Kribbeln und Prickeln ist darin worüber ich mich wundern muss und umso mehr als ich gleichzeitig Farbenspiele vor Augen habe die sogar hübsch sind aber mich dennoch erschrecken und wenn ich nochmals auf das Prickeln zurückkommen darf so könnte man es auch als Ameisenlaufen bezeichnen Aha und hier aber haben sie dann Verschiedenes nicht gehört Ja so ist es Herr Lazarettkommandant Manches verstehe ich nicht an meiner Natur und auch zu Hause bereitet sie mir Ungelegenheiten denn zuweilen merke ich wohl dass ich bei Tische unversehens meinen Löffel habe fallen lassen und das Tischtuch mit Suppe befleckt habe und meine Mutter schildt mich hernach dass ich herangewachsen am Mensch im Gegenwart unserer Gäste Bühnenkünstler und Gelehrte sind es hauptsächlich nicht so tölpelhaft aufhöre So den Löffel lassen sie fallen und bemerken es erst ein bisschen später sagen sie mal haben sie ihrem Hausarzt diesem Herren Sanitätsrat oder welchen bürgerlichen Titel er nun führt niemals etwas von diesen kleinen Unregelmäßigkeiten erzählt leise und niedergeschlagen verneinte ich seine Frage und warum nicht beharrte er weil ich mich schämte antwortete ich stockend und es niemandem sagen mochte denn mir war als müsse es ein Geheimnis bleiben und dann hoffte ich auch im Stillen dass es sich mit der Zeit verlieren würde und nie hätte ich gedacht dass ich zu jemanden so viel Vertrauen fassen könnte um ihm einzubekennen wie sehr sonderbar es mir oftmals ergeht sagte er und es zuckte spöttisch in seinem schütteren Bart denn sie dachten wohl dass man das alles schlecht weg für Migräne erklären würde sagen sie nicht vor dass ihr Vater Schnapsbrenner war ja das heißt er besaß eine Schaumweinfabrik am Reine sagte ich höfig indem ich seine Worte zugleich bestätigte und verbesserte naja richtig eine Schaumweinfabrik oder war er denn also wohl ein vorzüglicher Weinkenner ihr Vater das will ich meinen er starb Physikus sprach ich fröhlich während am Kommissionstisch eine Bewegung der Heiderkeit sich bemerkbar macht ja das war er und auch kein Duckmäuser für seine Person sondern Liebhaber eines guten Tropfens und wie man so sagt ein rechter Zecher vor dem Herrn mein Vater versetzte sich ausweichend indem ich meine Munterkeit gleichsam zurücknahm war die Lebenslust selbst so viel kann ich bejahen so so die Lebenslust und woran starb er ich verstummte ich blickte ihn an ich schlug mein Gesicht zum Boden und mit veränderter Stimme erwiderte ich wenn ich den Herrn Bataillons Medikus höflichst bitten dürfte auf diese Frage gütigst nicht weiter bestehen zu wollen sie haben mir keinerlei Auskunft zu verweigern antwortete er mit strengem meckern was ich frage frage ich mit bedacht und ihre Angaben sind von Wichtigkeit in ihrem eigenen Interesse ermahne ich sie uns die Todesart ihres Vaters wahrheitsgemäß zu nennen er empfing ein kirchliches Begräbnis sagte ich mit ringender Brust und meine Erregung war so groß als dass ich die Dinge der Ordnung nach hätte vortragen können dafür kann ich Beweis und Papier beibringen dass es kirchlich bestattet wurde und Erkundigungen werden ergeben dass mehrere Offiziere und Professor Schibbelprester hinter dem Sarg schritten Geistlicher Rat Chateau erwähnte selbst in seiner Gedächtnisrede fuhr ich immer heftiger fort dass das Schießzeug unversehens losgegangen sei als mein Vater prüfungsweise damit hantiert habe und wenn seine Hand gezittert hat und es nicht völlig herr seiner selbst war so geschah es weil Groß Ungemach uns heim gesucht hatte ich sagte Groß Ungemach und gebrauchte auch sonst einige ausschweifende und träumerische Ausdrücke der Ruin hatte mit hartem Knöchel an unsere Tür gekloppt sagte ich außer mir indem ich sogar zur Erläuterung mit dem gekrümmten Zeigefinger die Luft pochte denn mein Vater war in die Netze böser menschen gefallen Blutsauger die ihm den Hals abschnitten und es wurde alles verkauft und verschleudert die Glashaufe stotterte ich unsinnig und verfärbte mich schüber denn nun sollte das ganz und gar Abenteuerliche mit mir geschehen das Ehois Rat und in diesem Augenblick geschah folgendes mit mir mein Gesicht verzerrte sich aber damit ist wenig gesagt es verzerrte sich auf eine meiner Meinung nach völlig neue und schreckender regende Art so wie keine menschliche Leidenschaft sondern nur teuflischer Einfluss und Antrieb ein Menschenantinste verzerren kann meine Züge wurden buchstäblich nach allen vier Seiten nach oben und unten rechts und links auseinander gesprengt um gleich darauf wieder gegen die Mitte gewaltsam zusammen zu schrumpfen Ein abscheulich einseitiges Grinsen zerfrisse danach meine linke dann meine rechte Wange während es dazugehörige Auge mit furchtbarer Kraft verkniff das entgegengesetzte aber so unmöglich erweiterte dass mich das deutlich und fürchterliche Gefühl ankam der Apfel müsse herausspringen und das hätte er immerhin tun mögen mochte er doch es kam nicht darauf an ob er aussprang und für zärtliche Sorge um ihn war dies jedenfalls nicht der Augenblick wenn aber ein so widernatürliches Minenspiel nach außen hiel wohl jenes äußerste Befremden erregen mochte das als Entsetzen bezeichnet wird so bildet es doch nur Einleitung und Anbeginn eines wahren Hexensabbats von Fratzenschneiderei einer ganzen Grimassen Schlacht die sich während der nächsten Sekunden von einem jugendlichen Anblitz abspielte die Abenteuer meiner Züge im Einzelnen durchzunehmen die grauenhaften Stellungen eingehend abzuschildern in welche mein Mund meine Nase meine Brauen und meine Wangen kurz alle meine Gesichtsmuskeln gerieten und zwar unter steter Abwechslung und ohne dass eines der Missgesichter sich wiederholt hätte eine solche Beschreibung wäre ein allzu weitläufiges Unternehmen nur so viel sei gesagt dass gemütliche Vorgänge die diesen physiognomischen Phänomenen etwa entsprochen hätten dass Empfindungen so blödseliger Heiterkeit krassen Erstaunens ihrer Wollust und menschlicher Qual und Zähne fletschender Troll wo schlechterdings nicht von dieser Welt gewesen wären sondern einem infernalischen Reich hätten angehören müssen unsere irdischen Leidenschaften in ungeheure Verhältnisse ausgeweiter schauderhaft wiederfinden ist es aber nicht so dass Affekte wovon wir die Mine annehmen sich ahnungsweise und schattenhaft wahrhaftig in unserer Seele herstellen mein übriger Körper verhielt sich inzwischen nicht ruhend obgleich ich aufrecht an meiner Stelle blieb mein Kopf rollte schrecklich umher und drehte sich mehrmals fast im Genick nicht anders als sei der leibhaftige Begriff mit den Hals zu brechen meine Schultern und Arme schienen aus den Gelenken gewunden zu werden meine Hüften verbogen sich meine Knie kehrten sich gegeneinander mein Bauch hüllte sich aus in das meine Rippen die Haut zersprengen zu wollen schienen meine Zehen verkrampften sich kein Fingerglied das nicht fantastisch und klauenhaft verbogen gewesen wäre und so gleichsam auf eine höllische Folter gespannt verharrte ich nach meiner Berechnung etwa zwei dritte einer Minute Ich war ohne Besinnung während dieses unter so harten Bedingungen überaus langwierigen Zeitraumes zum wenigsten ohne Erinnerung an meine Umgebung und Zuschauerschaft welche mir gegenwärtig zu halten die Stränge meines Zustandes nicht völlig hinderte raue Zurufe drangen wie aus weiter Ferne an mein Ohr ohne dass ich in der Lage gewesen wäre ihnen Gehör zu schenken Auf einem Stuhle mich wiederfindend welchen der Oberstabsarzt unter mich zu schieben sich beeilt hatte verschluckte ich mich heftig mit einigem wärmlich abgeschnallenen Leitungswasser dass dieser uniformierte Gelehrte mir einzuschlößen bemüht war mehrere Kommissionsherren waren aufgesprungen und standen mit verstörten empörten auch angewiderten Gesichtern über den grünen Tisch gebeugt andere legten auf sanft Reakt über die gehabten Eindrücke an den Tag ich sah einen der beide geschlossenen Hände an die Ohren gepresst hielt und wahrscheinlich vermöge eine Art von Ansteckung seines eigenen Gesichts zur Grimasse verzogen hatte einen anderen der zwei Finger seiner rechten gegen die Lippen drückte und außerordentlich geschwind mit den Lidern blinzelte was aber mich selbst betrifft so hatte ich nicht so bald wiederhergestellt aber auch in natürlich gerade erschrocken um mich geblickt als ich mich beeilte eine Szene zu beendigen die mir nicht ziemlich scheinen konnte mich rasch und verwirrt Stuhle erhob und neben ihm militärische Haltung annahm die freilich mit meiner reinen menschlichen Verfassung wenig übereinstimmen wollte der Oberstabsarzt war zurückgetreten noch immer das Wasserglas in der Hand sind sie bei sinnen fragte er mit einer Mischung von Ärgerlichkeit und Teilnahme in der Stimme zu zu befehl zu befehl kriegsarzt erwiderte ich in dienstfertigem tone und bewahren sie eine erinnerung an das eben durchlebte ich bitte war meine erwiderung gehorsamst um vergebung ich war einen augenblick etwas zerstreut kurzes gewissermaßen bitteres lachen antwortete mir vom sitzungstische her man wiederholt im Moment das Wort zerstreut sie schienen allerdings nicht ganz bei der Sache zu sein sagte der oberstab saß trocken haben sie sie in direkten zustande hier eingefunden erwarten sie die entscheidung über ihre dienstfähigkeit mit besonderer spannung ich gebe zu antwortete ich hierauf dass es mir eine große enttäuschung gewesen wäre abgewiesen zu werden und ich wüsste nicht wie ich meiner Mutter mit einem solchen Bescheid unter die Augen treten sollte sie sah früher zahlreiche angehörige des offizier chor in ihrem hause und bringt der heeres organisation die wärmste bewunderung entgegen deswegen liegt es ihr besonders am herzen dass ich zum dienste herangezogen werde und sie verspricht sich davon nicht nur bedeutende vorteile für meine bildung sondern namentlich auch eine wünschenswerte die kräftigung meiner zuweilen schwankenden gesundheit erschien meine Worte zu verachten und keines Eingehens für würdig zu halten ausgemustert sagte er neben das Wasserglas das Tischchen stellte dorthin wo sein Handwerkszeug Meterband Hörrohr und Hämmerchen lagen die kaserne ist keine Heilanstalt warf noch über die Schulter gegen mich hin und wandte sich dann zu den Herren an Kommissionstisch der Gestellungspflicht erklärte er mit dünnem Meckern leidet an epiloiden zufällen sogenannten Äquivalenten die hinreichend seine Diensttauglichkeit unbedingt auszuschließen Meiner Exploration zufolge liegt erbliche Belastungen seitens eines trunksüchtigen Vaters vor der nach seinem wirtschaftlichen Zusammenbruch durch Selbstmord endete Die Erscheinungen der sogenannten Aura waren in den freilich unbeholfenen Schilderungen des Patienten unverkennbar Ferner stellen sich jene schweren Unlustgefühle die ihn wie wir hörten zuweilen bettlägerig machten und welche der Herr Kollege vom Zivil zeigte sich wieder ein hölzerner Spott um seine mageren Lippen im Sinne der sogenannten Migräne auslegen zu sollen glaubte wissenschaftlich als Depressionszustände nach vorausgegangenem Anfall dar außerordentlich bezeichnend für die Natur des Leidens ist die Verschwiegenheit die der Patient über seine Erfahrungen beobachtete bei dem offenbar mitleisamen Charakter hielt er sie geheim gegen jedermann wie wir hörten es ist bemerkenswert dass noch heute im Bewusstsein vieler Epileptiker etwas von der mystisch-religiösen Auffassung lebendig scheint dieses Altertum vor dieser Nervenkrankheit hegte hierher kam der Gestellungspflichtige in aufgeregter und gespannter Verfassung schon seine exaltierte Redeweise machte mich stutzig auf nervöse Konstitution deutete so dann die äußerst unregelmäßige wenn auch organisch tadellose Herbstätigkeit und das habituelle Schulterzucken das wie es scheint unbeherrschbar ist als besonders fesselndes Symptom möchte ich die geradezu erstaunliche Überfeinerung des Gehörsinnes ansprechen die der Patient bei weiterer Untersuchung an den Tag legte ich stehe nicht an diese übernormale Sinnesverschärfung mit dem beobachteten ziemlich schweren Anfall in Zusammenhang zu bringen dass ich vielleicht seit Stunden vorbereitete und durch die Erregung in Wege dem Patienten meine ihm unliebsamen Fragen versetzten unmittelbar ausgelöst wurde ich empfehle ihnen schloss er seine klare und gelehrte Übersicht indem er sich lässig und von oben herab wieder zu mir wandte sich in die Behandlung eines verständigen Arztes zu begeben sie sind ausgemustert ausgemustert wiederholte die scharfen essende Stimme die ich kannte entgeistert stand ich und regte mich nicht vom Fleck sie sind militärfrei und können gehen ließ ich nicht ohne Beimischung von Teilnahmen wohlwollen jene Bassstämme hören deren Besitzer mich feinsinnigerweise für den Einjährigen gehalten hatte da hob ich mich auf die Zehenspitzen und sagte mit flehendem porgezogenen brauen könnte denn nicht ein Versuch gemacht werden wäre es nicht möglich dass das Soldatenleben meine Gesundheit kräftigte einige Jahre am Kommissionstisch lachten mit den Schultern und der Oberstabsarzt blieb hart und unerbittlich ich wiederhole ihnen war für mich unhöfig vor die Füße hin dass die Kaserne keine Heilanstalt ist weggetreten markierte er weggetreten wiederholte die scharfen hässende Stimme und ein neuer Name ward aufgerufen Latte lautete er wie ich mich erinnere denn nun war der Buchstabe L an der Reihe und ein Strolch mit struppiger Brust erschien auf dem Plan ich aber verbeugte mich ich zog mich in den Verschlag zurück und während ich meine Kleider anlegte leistete der assistierende unteroffizierende Gesellschaft froh zwar doch ernst gestimmt und ermattet doch so extreme und kaum noch im Bereich des menschlichen liegenden Erfahrungen den ich mich leistend und leidend hingegeben nachdenklich noch besonders über die bedeutende Äußerungen welche der Oberstabsarzt über das frühere Ansehen in der Geheimnis von Krankheit getan hatte als deren Träger an mich betrachten durfte achtete ich kaum auf das vertrauliche Geschwätz das der billig betresste Unterbefehlshaber mit dem gewässerten Haar und dem aufgezwirbelten Schnurrbärtchen an mich richtete und erst später erinnerte ich mich an seine einfachen Worte schade sagte er indem er mir zusah schade um sie Krull oder wie sie sich schreiben sie ist ein properer Kerl sie hätte es zu was bringen können beim Militär das sieht man jedem gleich an ob er es zu was bringen kann bei uns schade um sie sie haben das Zeug auf den ersten Blick sie geben gewisseren feinen Soldaten ab und wer weiß ob sie nicht Feldwäbel hätten werden können wenn sie kapituliert hätten nachträglich erst wie gesagt gelangte diese vertrauliche Ansprache in mein Bewusstsein und während eilende Räder mich heimwärts trugen dachte ich bei mir selbst dass der Mensch wohl damit recht gehabt haben mochte ja wenn ich mir einbildete wie vortrefflich natürlich und überzeugend der Waffenrock mir angestanden haben würde wie befriedigend solange ich ihn getragen hätte mein Person darin aufgegangen wäre es wollte fast bedauern mich anwandeln dass ich den Zugang zu einer so kleidsamen Daseins Form einer Welt der wer der Sinn für natürlichen Rang offenbar fein entwickelt ist vorsätzlich links hat liegen lassen reifers nachdenken freilich musste mich zu der Einsicht führen dass mein Eintritt in diese Welt dennoch einen groben Fehler und Irrtum bedeutet haben würde war ich doch nicht im Zeichen des Mars geboren wenigstens nicht im besonderen wirklichen Sinn denn wenn freilich kriegerische Stränge Selbstbeherrschung und Gefahr die hervorstechendsten Merkmeine meines seltsamen Lebens bildeten so beruht es doch in erster Linie auf der Vor- und Grundbedingung der Freiheit einer Bedingung also welche mit irgendwelcher Einspannung in ein plump tatsächliches Verhältnis schlechterdings unvereinbar gewesen wäre lebte ich folglich soldatisch so wäre es doch ein tölpelhaftes Missverständnis gewesen wenn ich darum als Soldat leben zu wollen geglaubt hätte ja wenn es gelte ein so erhabenes Gefühlsgut wie dasjenige der Freiheit für die Vernunft zu bestimmen und zuzurichten so ließe sich sagen dass dies eben soldatisch aber nicht als Soldat figürlich aber nicht wörtlich das im Gleichnis leben zu dürfen eigentlich Freiheit bedeutet danke fürs zuhören 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 von grammi